Hast du Netflix? Nee, ich hab Hisni-Huss. Du hast was? Ich hab ganz viel. Hisni-Huss, hi, Hermes and Haim. Geht's dir gut? Ja. Du sprichst sehr merkwürdig. Ich glaube, du sprichst sehr merkwürdig. Was ist denn Hisni-Huss? Netflix von Disney. Ach, Disney Plus? Nein, Hisni-Huss. Disney Plus. Hisni-Huss? Das heißt Disney Plus. Nein, es ist Hisni-Huss. Machst du das extra? Kannst du Hisni-Huss nicht aussprechen? Ich kann Hisni-Huss aussprechen, aber kannst du Disney Plus aussprechen? Ja. Wieso sagst du dann Hisni-Huss? Weil es so heißt. Das heißt nicht so. Ja, das heißt nicht so. So wär auch ein dämlicher Name. Ich mein ja nicht so. Ich mein Disney Plus. Hisni-Huss. Disney Plus. Hisni-Huss. Ich geb's auf. Du hörst ja nicht auf mich. Du hörst nicht auf mich. Ich hör dich, aber was ich höre ist falsch. Nein, was ich höre ist falsch. Du kannst echt nicht zugeben, wenn du mal einen Fehler machst. Würde ich, wenn ich es falsch machen würde. Aber du machst es falsch. Nein, du verwechselst was. Du bist derjenige, der es falsch sagt. Siri, wie ist der Streaming-Service von Disney? Hisni-Huss. Hä? Siri, wie ist der Streaming-Service von Disney? Disney Plus. Ich glaub, deine Siri ist genauso dämlich wie du. Halt, stopp, es hat keinen Sinn. Ja, du musst deine Niederlage einsehen. Du. Ich? Also hast du keinen Netflix. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Bist du dämlich? Ja, du. Nee, ich nicht. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Warum fragst du dann? Das war keine Boolean, sondern eine Stringfrage. Ich kenn keine Geografie. Das war... Aber wir hatten ja schon am Anfang geklärt, dass du dämlich bist. Ja, aber wir haben nichts über dich geklärt. Wieso sollten wir auch was über mir klären? Vor allem wen? Das auch. Aber ich hab mir trotzdem eben eine Frage gestellt. Und ich hab gesagt, dass ich nicht dämlich bin. Dein Name ist dämlich? Jetzt beleidige nicht meinen Namen. Mach ich doch gar nicht. Du meintest gerade, er sei dämlich. Ja, das hab ich gesagt. Ja, nimm das zurück. Dann musst du es mir zurückgeben. Wie soll ich dir das zurückgeben? Dein Name ist dämlich. Nein, du verwechselst hier was. Deiner ist dämlich, meiner ist Jonas. Ja, aber meiner ist nicht dämlich. Hast du doch grad gesagt? Nein, du hast das gesagt. Ja, weil du das gesagt hast. Ich hab das nicht gesagt. Soll ich nochmal zurückspulen? Was? Bist du dämlich? Ja. Siehst du? Was war das? Die Vergangenheit. Das war ja unfassbar. Ja, aber du siehst. Du hast es gesagt. Ja, aber ich meinte das nicht als Adjektiv. Ach, Substantiv? Ja, Eigennamen und da ist was Adjektiv. Bist du sicher? Dachte ich jedenfalls. Ich kann ja mal was zurückspulen. Mach mal mit einer Kupferspule und eng gleich tausend. Das ist aber eine hohe Windungszahl. Mach einfach. Scheiß Kälte. Selber scheiß Kälte. Ich bin kein Kälte. Ja, ich auch nicht. Wieso sagst du sowas? Ich hab sowas nie gesagt. Doch, jetzt gerade. Aber davor nicht. Nicht hab ich in dem Sketch auch noch nicht gesagt. Das ist korrekt. Also sind wir einer Meinung? Nein, wir sind Menschen. Was? Wir sind Menschen? Ja, es ist die Wahrheit. Ich dachte ich wäre eine Meinung. Wenn du das dachtest, bist du schon ein bisschen dämlich. Du bist dämlich. Jetzt sei nicht traurig. Okay. Oh, das hat gut funktioniert. Vielleicht solltest du Therapeut werden. Ich glaub auch. Ich glaub Therapeut. Ich glaub an Gott. An welchen? An einen. Und wenn ich an zwei glaube? Dann ist das dein Problem. Und wenn ich an keinen glaube? Dann solltest du lieber an Hein glauben. Die gelbe Ratte? Genau der. Richtig sicker Typ. So sick wie der Witz am Anfang. Ja, den hat Adi dir gezeigt und du solltest ihn verwenden. Ja, deswegen hab ich ihn benutzt. Und der ist von dem Kommentar unter dem Video über Kelten. Woher weißt du das alles? Wow, du kannst mein Sandwich aufessen. Mein was? Ja gerne. Nein, nicht mein Sandwich, komm zurück. Sorry, lass ein Abo da. Tschüss. Hast du die Math Ofensammlung gesehen? Was für eine Ofensammlung? Hoden meine ich. Was? Tippfehler, ich meinte Hoden. Aha, okay. Weißt du nicht was ich meine? Was sind deine? Meine? Deine was? Das frage ich mich auch. Micha auch? Nein, nicht Micha, das lässt einen weiter vorne. Also in der ersten Reihe? Ja, aber dafür muss man da auch stehen. Das ist ja low. Nee, wenn du stehst nicht mehr. Warum sollte man im Meer stehen? Wenn man ein Mehrmann ist? Und was ist wenn man ein Meerjungfraumann ist? Dann ist man cool. Du meinst wenn man so alt ist, dass die Kohl nicht mehr genug energiert, um die ganze Zeit warm zu halten? Ja, besonders unter Wasser. Warum kommt der denn nicht raus? Das musst du E-Mail fragen. Aber ich kann unter Wasser nicht atmen. Doch, nein. Du kannst nur Innenwasser nicht atmen. Aber wenn Wasser über mir ist dann schon? Solange dein Riechkolben in die Luft hängt, dann hat ein Mr. Long-Lost ja einen riesen Vorteil. Das ist richtig, aber der ist nicht real. Wo geht der denn dann einkaufen? Bei Lidl? Keine Ahnung, habt ihr noch keine Folge im Supermarkt gesehen. Aber die HMO-Fragen sind doch gratis. Ja, aber das ändert nichts daran. Das stimmt natürlich mal wieder. Lass ein Abo da. Doch, ich hör dich. Mein Name ist Dineptias. Wer? Was? Nein, wer? Meiner. Ach, dein Name ist Dineptias? Ja. Ich wollte aber eigentlich auf was anderes hinaus. Auf was denn? Wir tauschen Rollen. Mein Name ist... Was? Mein Name ist... Hä? Nein, du musst wer fragen. Warum? Weil der Song so geht. Aha! Erwischt, ein Song kann nicht gehen. Aber der Text ist so. Du eitest dich immer weiter rein, ein Text kann nicht essen. Kannst du oder willst du mich nicht verstehen? Ich will nicht verstehen, aber was du sagst ergibt keinen Sinn. Was ist denn der Sinn des Lebens? 31? Ne, das ist falsch. Falsch ist der Sinn des Lebens? Ja, weil es gibt keinen. Ohne K gibt's einen. Einen was? Weiß ich nicht. Doch, du weißt. Ja, ich weiß. Du auch. Dessen bin ich mir bewusst. Wow, du bist so selbstbewusst. Wow? Bist du ein Hund? Ne, das wollte ich dich grad fragen. Aber du hast wow gesagt. Du hast es jetzt schon zweimal gesagt. Du, Hurensohn, du hast mich erwischt. Ich bin Meisterdetektiv Ineptias. Wie tief denn? Sehr tief. Ohoho, lass ein Abo da. Neuer Lockdown. Ich hab keine Lock. Mach VFX. Okay, Lock fährt runter. Danke, aber Down ist Englisch, also ist Lock auch Englisch. Sorry. Ne, ich entschuldige mich. Aber ich will mich entschuldigen. Ne, das erlaub ich dir nicht. Och man. Ich hab einen Schlüssel, aber kein Schloss. An der Tür? Ne, da ist nix. Das stimmt aber nicht. Da stimme ich dir zu. Ich hab deine Stimme höher, ich musst du mir nicht sagen. Aber muss ich dir was sagen? Ne, das auch nicht. Wenn du nicht willst. Ich bin ja auch nicht Bruce Willis. Ach, deswegen willst du es nicht. Du hast vollkommen recht. Du bist aber auch vollkommen. Ach, danke. Lass mich ausreden. Vollkommen dämlich. Danke sehr. Ich bin nicht sehr, ich bin Jonas. Und ich bin nicht vollkommen dämlich, ich bin Jonas. Aber es kann nur einen Jonas geben. Dieser Sketch ist zu klein für uns beide. Das heißt dann wohl, du musst die Fliege machen. Ich kann keine Fliege machen, ich kann ja was zu essen machen. Mach hier bei dir was zu essen, denn es wird dein letztes sein. Du willst dich duellieren mit Vergnügen. Drei Sekunden. Drei. Zwei. Eins. Du hast mich erwischt. Lass ein Follow da.